Dass einmal Pferde zu seiner göttlichen Musik tanzen würden, das hätte sich Wolfgang Amadeus Mozart wohl nie träumen lassen. Der französische Pferdechoreograf Barthabas, berühmt für seine Académie Equestre in Versailles, hat für die Salzburger Mozartwoche Mozart's Requiem als Pferdeballett eingerichtet. Und wohin könnte das besser passen als in die einzigartige Kulisse der Felsenreitschule. Am Pult der Musicien du Louvre steht der scheidende künstlerische Leiter der Mozartwoche, Mark Minkowski. Als Solisten sind unter anderem Genia Kühmeier und Elisabeth Kuhlmann zu hören. Wolfgang Amadeus Gold Amen. 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 Amen.